Also predigen wir, wir zeigen euch, nämlich, dass der Gott, also nachdem du dich so sehr sehnst, zu erfahren, das, was du erfüllen möchtest, und zwar die Antwort auf deine Probleme, gibt es in dir drin. Also, das ist nicht der beste Ort, den man dem Mensch verrät. Denn warum? Der Mensch geht selten in sich hinein. Amen. Herr sei Gott. Denn das ist die größte Sache, die wir mit dem christlichen Glauben heute haben. Unsere Lösung ist immer irgendwo. Und zwar außerhalb von uns. Irgendjemand kann irgendwas tun. Nein. Auf keinen Fall. Hiob. In Hiob 6, Vers 13. Er hat eine Frage gestellt. Ist meine Hilfe nicht in mir drin? Amen. Deine Lösung. Also dein Schutzwerk. Diese verborgene Kammer. Wo all die Schätze des Himmels sich befinden. Gibt es in dir drin. Und das ist der Grund, warum Jesus In Matthew 6, der Vers 6. In Matthew 6, Vers 6. He says, When thou pray. Wenn du betest. Heißt es. When you pray. Wenn du betest. Close your door. Und zwar schließe die Tür zu deiner Kammer. He says, Before that entered into your closet. Doch davor sollst du in deine Kammer hineingehen. He says, When thou have shut the door. Wenn du die Tür geschlossen hast. You shut the door to your senses. Und zwar du schließt die Tür zu deinen Sinnen. Your closet. Deine Kammer. Is the place within you beyond your five senses. Is the place within you beyond your five senses. Is the place within you beyond your five senses. Is the place within you beyond your five senses. He says, When you pray. Wenn du betest. Get into that place. Und zwar komm in diese Kammer hinein. Don't leave the door open. Und wenn du da reingehst. Lass bitte die Tür nicht offen. Close the door. Schließe die Tür. Close the door. Schließ die Tür. Means that every experience that you've had. Bedeutet alle Erfahrungen oder Erlebnisse. Die du bis hier gesammelt hast. Every concept and idea. Alle Konzepte und Ideen. That can define your person. Und zwar die deine Person definieren kann. That which you are known in the world. Und zwar das, wofür du in der Welt gekannt wirst. This is close it. Er sagt, schließ die Tür dazu. Amen. Deny to be identified. Und zwar weigere dich. Verweigere dich, damit identifiziert zu werden. Durch diese Dinge. It is close the door. Schließe die Tür. Pray to the Father. Und du betest zu deinem Vater. Which see it in secret. Und zwar, der im Verborgen ist. Der Vater schaut im Verborgenen. What is Jesus speaking? Also, wovon redet Jesus hier? So it means God does not see what we do publicly? Also, heißt es, dass Gott blind ist zu unserem öffentlichen Leben? Das ist die Frage hier. Es gibt eine Art und Weise, und zwar, mit der Gott mit dem Menschen umgeht. Gott geht mit dir um. Und zwar im Verborgenen. Und diesem, sag mal so, in diesem versteckten Ort, um das deutlich zu sagen, ist dein Herz. Denn dein Herz ist genau dort, wo sich deine Schätze befinden. Das sagte Jesus auch. Nämlich in Matthäus 6, Vers 21. Nämlich dort, wo sich deine Schätze befinden. Genau dort ist auch dein Herz. Und so Gott, Gott also, Gott möchte dich und mich treffen. In unserem Herzen. Ehre sei Gott. Denn in unserem Herzen wurde und zwar hineingestellt und wurde darin verborgen und zwar die Schätze des Himmels. All die Schätze des Himmels gibt es in unserem Herzen. Ehre sei Gott. Alle Schätze des Himmels gibt es in deinem Herzen. Jetzt sofort. Dein Herz wurde und zwar zurechtgeschnitten. Nämlich um das zu beinhalten, was unendlich ist. Und das, was innerhalb diesem unendlichen Ort, unendlichen Bereich gibt, ist genau das, was Jesus Schätze der Himmel nennt. Und diese Schätze brauchen wirklich sichtbar zu werden. Und so, du und ich also sind berufen, nämlich in uns hineinzugehen und dort zu wohnen und dort Gemeinschaft und zwar komm in die Beziehung hinein mit den Schätzen. Amen. To have a picture, nämlich ein Bild zu haben, out of the will of God, nämlich aus dem Willen Gottes concerning that which we want to see happen in our lives. Bezüglich dem, was wir erleben möchten in unserem Leben. Amen. Nobody can change that for you. Also das kann niemand für dich ändern. I want you to boast in the Lord today. Heute möchte ich, dass du dich im Herrn rühmst. Nobody can change that. Niemand kann dieses ändern. No circumstance can change that. Kein Umstand kann dieses ändern. It is only you. Nur du that can come out of that dwelling place. Kann wirklich aus diesem Wohnort, aus diesem Wohnbereich rauskommen. Halleluja. Amen. I always make this statement. Also ich sage folgendes immer wieder. Nothing can oppose a man. Nichts kann sich gegen einen Menschen stellen. Except his belief. Er sei denn der Glaube dieses Menschen. That which opposes you. Das was sich gegen dich stellt. Is the concept that you make of yourself. Ist das Konzept, was du aus dir ausgekocht hast. I made a statement some time back. Also in der vergangenen, in der jüngsten Vergangenheit habe ich eine Aussage getroffen. Realities is not in the things. Realitäten gibt es nicht in den Gegenständen. But they are in the belief about them. Sondern Realitäten gibt es in dem Glauben an den Gegenständen. Amen. No, no, no. Please. Reality Wirklichkeit, Realität is not in the things. Gibt es nicht in den Gegenständen. Amen. They are not in the circumstances. Sie sind nicht in den Umständen. They are not even in what we have experienced. Sie sind noch nicht mal in unseren Erlebnissen. Amen. You have experienced certain things. Du hast gewisse Sachen erlebt. You think that that which is real concerning you Du denkst, dass das, was real über dich ist is what you've experienced. Is das, was du erlebt hast. No. Nein. Realities Realität is not even in an idea. Realitäten gibt es noch nicht mal in Ideen. No in a concept. Noch in ein Konzept. Realität Realität is in the belief gibt es in dem Glauben about them über diese Gegenständen. So in other words Anders gesagt wenn du nicht glaubst dieses Erlebnis wenn du nicht glaubst dieses Konzept dann ist es für dich nicht real. Come on. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. This is the power God has given to us. Aber genau diese Kraft damit hat Gott uns ausgestattet. That's why Jesus says if you can only believe Schatz is what you have experienced das was du erlebt hast ist negative or positive negative oder positiv that is where your heart will be. Genau dort wird dein Herz auch sein. That will be your secret. Aber genau das wird dein Geheimnis sein. And if it is your secret und wenn das dein Geheimnis ist der Dieb kommt was macht der Dieb der gräbt unter und stiehlt. Amen. So that which we need to embipe within us doch genau das was wir in uns wirklich tragen soll. Also wenn ich von in uns spreche dann meine ich unser Herz nämlich wir sollen in unserem Herzen bewahren das was sich nie ändert nämlich der Wille Gottes Halleluja Amen. That which is already established das was schon grundfest ist whether it is sunny day whether it is cool day whether it is summer whether it is winter it doesn't change it is the same and this is our heart is designed to accommodate that so that we may bring it into the realm of the physical. Amen. Der Wille Gottes ob es ob die Sonne scheint ob es schneit ob es regnet ist es kalt ist es warm ändert sich nie und das Kuhle dabei ist unser Herz ist so gestrickt genau diesen Willen Gottes zu beinhalten und wirklich dieses als Ganze Amen. Amen.